Hi Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen weiteren Folge Hellblade. So, die drei Zeichen haben wir eingesetzt. Um schauen, was weiter geht. Hier war noch irgendwie ein Leiter oder sowas, oder? Ah, ich glaube, das ist der Shortcut praktisch von der anderen Seite. Untertitelung des ZDF, in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is Hunger. Her knife is Famine. On her threshold, all will stumble. Her bed is called Sickbed, and her bed hangings are called Flames of a Funeral Pyre. They say she is the Zeke. Half black, and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. Oh, schaut das nice aus. Die Gage ist öffnend. Bin ich? Wer ist das? Okay, ich wubel mich mal weg. Ich glaube, es ist eine Zwischensequenz. Ist es, ist es, ist es, ist es, ist es? Ja, die Grundlage der Schmerzen. Es kommt. Das ist dein Moment. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Okay. Könnte ich jetzt nichts machen, Leute. Könnte ich jetzt nichts machen, Leute? Oh, mein Gott. Stormy sees and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears. As seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming? Even when awake. And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? Our stupid champion is so stupid. Everyone hates us. She's cursed. The shadow hates us. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken. Come and laugh. Just like your sword. Come on. Come on. Dare. AHHHHH! Whoa. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory. A feeling. A song. It's not real. It's a trick. It's not real. Listen to it. Don't give up. Dillian. Dillian. It's not like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Sharon? No. It's not. It's a trick. It's a trick. You're already dead. You are. You can't believe it. It's a puzzle. Dillian. Come to me. Please. So, und da bin ich wieder. Und ich sehe gerade, ist die Fäulnis weiter gestiegen? Na klar, ist die weiter gestiegen. Warum steigt die weiter? Ich bin doch selber nicht gestorben. Das ist ja scheiße. Und wir haben, äh, nur noch das Abgeb... Ne, wir haben doch... Ne, wir haben keinen Sperr mehr. Okay, wenn wir keinen Sperr mehr haben, dann sollten ja auch keine Gegner kommen, hoffe ich mal. Oh, und hier wieder das schöne Nordische. In Wikinger-Zeit. Okay, das war jetzt die Brücke. Wir sind jetzt praktisch... Sind wir auf der anderen Seite jetzt von dem Strand? Ich glaube schon, oder? Kann das sein? Okay, das war eine Illusion praktisch von Dillian. Wie sicher... Wie sicher? Wie ist das nicht? Ich glaube schon... Wo bin ich? Safety, es ist nicht mehr weg. Komm, Junge. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbel, made sure of that. If only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Okay, ich hoffe ja mal, dass wir eine neue Waffe finden oder sowas. Okay, es gibt eigentlich nur den einen Weg, aber ich wollte trotzdem mal dahinter schauen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes zu finden. Dann sind wir gekommen. Ah, okay. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. but have the faith to let go and let the tide carry you away. because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Okay, es war wieder ihre Mom. Okay, es war wieder ihre Mom. Das ist. Es ist. Es ist in your mind. You think you can see it, but es ist in your mind. There he was, the lone figure of a boy, saw a play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing. And the world was with him, the glue lifted, and for the first time in years felt she a ray of hope. To her young eyes, she was a ray of hope. To her young eyes, she was a ray of hope. He's there, under the tree. You can see him. Come on, you have to keep Dillion going. You keep going. The Northman tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword comes out in Sigmund's touch. His brother-in-law, King Sigir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Sigir plots revenge. He invites Sigir and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Sigir captures Sigmund and his brothers and steals his sword. He's ready for the execution. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the King's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy, and implores the King to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sent a serpent with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. So. Vielleicht lebt sie ihm das Gesicht ab, statt zu fressen. Okay. Hier kann ich anscheinend nichts machen. Dann müsste ich normalerweise dort hinten weitergehen zu dem Baum, oder? Okay. Dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht ist das der, äh, der Eingang hier zum Endboss, oder so. Könnte eigentlich sein, weil... Das ist doch eigentlich die komplette Brücke, die ist kaputt. Ja, das wird auch der, der Eingang sein. Denke ich mir. Okay, wir gehen nochmal runter. Und schauen, wo wir lang gehen könnten. Kann ich jetzt nicht weitergehen, oder? Ja doch, hier ist ein Pfad. Aber wir hätten bestimmt auch unten weitergehen können. Dann gehen wir doch einfach mal hier weiter. Schauen wir mal, ob wir mit dem Dillian irgendwas reden könnten vielleicht. Aber ich glaube, dass das bloß eine Illusion ist. Okay, das ist bloß ein optionaler Weg anscheinend, oder? Ja. Uh-huh. Okay, ich schaufe den Bladen. Dann geht's die Wolf, die Stühle wird weg, aber Sigmund hält. Die Chancen破 und erinnert. Und er ist frei. Nach dem Er Crash, Sigmund ist wie wir, wie wir es. In den Meer. Segen, die? Oder? Leid ihn tot, als seine Frau erhebte Revenge. Und um die Vengeance zu erreichen, sogar der Groß Sigmund braucht Hilfe. Sie senden ihre Sohns zu ihm. Aber ihre Blut ist schwach und schraubt, und sie verletzten von Sigmund. So seine Frau erhebte ein neues Plan. Eine sehr kalt von Herz und pure von Blut. Also mit den Schreinen ist praktisch, umso mehr Schreiner man natürlich hier freischaltet, umso mehr erfährt man von dieser ganzen Geschichte. Tag nach Tag nach Tag nach. Watching from afar, sie mimicked ihn. Affecten ihre eigene, secretes Tanz. Wishing, dass die fleekte Momente der Licht aufhören würde, um zu lange dauern. Life? Life? No. Es ist ein Trick. Es ist ein Illusion. Es ist nicht real. Es ist ein T-Freak. Es ist ein Trick. 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 Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. Es ist eine Deception. Wie hat er so effizientlich mit der Welt in Blitz gebracht? Wenn nur sie das gleiche tun könnte. Sie sehen die Welt durch die Augen und dich. Und tanzen mit ihm. Wie er macht. Sehr, sehr verwirrend alles ein bisschen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall besser hier, wie das Dunkle. Was ist dein Name? Zeno. Ich habe noch nie gesehen. Ich bin nicht, dass ich nicht nach Hause komme. Oh, Zeno's daughter. Ich muss nachdenken. Wait. Wer hat dich so gefällt? No-one. No-one? Well, I watched you and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Come and watch. Bring your sword. You can't put it into words. That moment. When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Kill him! 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 Kill him Er wird nicht mehr von ihm verlassen. Ich werde ihn nicht verlassen. Ich werde ihn nicht verlassen. Du bist derjenige hier. Geh mir allein. Du wirst hier sterben. Nein. Und alle deine Gefahrzeuge werden für nichts. Shut up! Dillian? Ist das du? Ich werde dich finden, mein Lieber. Ich versuche es. Okay, es leuchtet aber immer noch so komisch dort. Kannst du ihn sehen? Du willst es glauben. Ist er nicht real? Ist er da? Du bist allein in diesen Mountainen. Ist das Dillian? Nothing lives hier. Du wirst nicht überleben. Du kennst ihn durch den Baum. Du kennst ihn durch den Baum. Sie kennst ihn durch den Baum. Vielleicht ist es ein sign, der Baum. Was ist er zu sagen? Was ist er zu sagen? Er ist wunderschön für dich durch den Baum. Er ist wunderschön für dich durch den Baum. Geh mir. Wait. Ahh. Was ist das? Okay. Nach einem Zeitpunkt sendet sie ihn in die Forreste, um Sigmund. Er testet den Mann und findet ihn stark und schrecklich. Und so gehen sie, um ihre Vengeance auf King Sigir. Aber Glück ist nicht auf ihren Seite. Sie sind getötet und Sigir hat sie lebenswert. Okay Leute, ich würde sagen, das war das Schlusswort und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bleibt auf jeden Fall dran, er würde mich sehr, sehr freuen, wenn er wieder einschaltet. Ja, und bis dahin wünsche ich euch auch noch viel Spaß auf meinem Kanal und vor allem mit den anderen Folgen Hellblade. Schaut euch jedenfalls an, die Geschichte ist sehr, sehr interessant. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.